lol was passiert hier gerade? oha 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 malalas Oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe jetzt von jedem angegriffen der hier vorbeikommen das ist scheiße ich bin der letzte Schmauer Mann, das ist hier Oh Nein. Komm schon. Wer hat die Sprache in der Sprache englisch gemacht? Die wollen mich jetzt verarschen, oder? Ey, was ist das für ein Scheiß? 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 Und danach machen wir das für ein Scheiß. Ja, wir sind nett, wir machen alles kaputt. Gebt den Weg frei! Was denkst du dir nochmal? Das ist auch geil. Das ist gut. Oh, jetzt ist es geil. Da sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Was ist das für ein Scheiß? Oh Oh eine schöne stadt aber sie riecht wie ein schlachtfeld oder ein grab ja Ich bin ein bisschen alt. Memphis. Die Echse. Bist du betrunken? Ich bin ein Arsch vom Wetter gerade. Warte mal. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Das ist ein Problem von Diesel. Alter, wir haben noch so viel zu erkunden. Deshalb. Ubert Normal. Alter, meine Fresse. Alter, meine Fresse. Guckt euch mal an, wie viele Dinge, wie viele Nebenmissionen wir hier haben. Ach du Kacke. Nichts Leute. Ich bin mal an. Die sind so. Ich bin mal ein. Das ist eine große Abangelegenheit. Das ist der große Stil. Ich habe auch eine Blase. Das war. Ich habe Sie wie viele. Du da! Halt Siegung! Los! Ich bin ein wenig zu sehen! Ich bin ein wenig zu sehen! Ich bin ein wenig zu sehen! ich vermute sie überall attentate machen kann vergib mir aber der zugang zum allerheiligsten ist momentan gesperrt ich kann warten wie ist dein name bayek von sieva du wirst bereits erwartet tritt ein aber pass auf dass du die rituale nicht stört vielleicht fehlt noch ein teil des rituals ich will nichts mehr davon hören glaube mir bitte wenn unser kind stirbt sterbe ich nein mein lotos sagt bitte nicht sowas ich suche jetzt den sehr auf jetzt lass mich in ruhe die exo hohe priester Ach, ähm, Bayek? Tut mir leid, ich, äh... Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkt unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apestil war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apestil, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Talmhotep hatte bereits drei Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn... wenn sie das vierte verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, knie ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Da laufen wir mal hin. Hm? Ich bin dringend. Ich bin dringend. Ich bin dringend. und die hühne auch gleichzeitig also die person war sehr cool und sehr traurig wachse o licht tritt hervor endlich bist du gekommen wer ist dieser mann er ist unser erlöser seit vielen jahren warte ich auf ihn schnell hilf mir mein kind im traum vor dem tod zu schützen lasst uns das ritual fortsetzen bring mir den kessel ich bin der meister der geheimen dinge die form der seele die im himmel ruht ich bin der diener des großen gottes der uns licht im überfluss spendet sopdet zeige dich hier und heute und antworte mir ohne lug und trug lasst ihr die augen öffnen war jeder nässe tritt hervor aus dem strom sopdet öffne ihnen die augen lasst ihr die augen öffnen das war die exe mit mir sopdet 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 jetzt nur nicht verlaufen was ist das für ein gott verlassener ort ist da jemand was ist das eine art gruft ich muss in bewegung bleiben sonst verschlingt mich die wüste ich sollte zu diesen feuern gehen ich möchte mich die lol was passiert hier gerade oh ha oh ha nein nein Oh, oh, oh. lol was passiert hier kämpfen wir jetzt gegen die weißen zukunft vision mein herz musst du nicht verschlingen ich bin der der den vernichter zurückschlagen wird beschütze mich ich bin der der die kordel bindet und der den schrein versiegelt ich nehme den bogen ich fege den himmel damit ich nehme den bogen ich fliege den himmel damit ich bin der der den vernichter zurückschlagen wird ich nehme den bogen ich fliege den himmel damit ich bin der der den vernichter zurückschlagen wird mein herz wird nicht verschlingen ich nehme den bogen ich fliege den himmel damit ich bin der nützfrei jetzt weiter ich bin der nützfrei jetzt weiter